Electrician Simulator. Ich bin absolut planlos und habe überhaupt keinen Schimmer von Elektrizität und irgendwie was verkabeln. Deswegen gehen wir da rein. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Was kann er denn? Der Electrician Simulator kommt jetzt am 6.1. raus, das Game. Ja, Elektrizität, Glühbirne einschrauben und so was, das kriege ich gerade noch hin. Und ansonsten lasse ich da immer schön die Finger davon. Also genau das Richtige für mich. Rein in das Game und mal gucken, was es denn so kann. Ich mache mal eben hier die Einstellung optionsmäßig und dann starten wir das Game. Ja, legen wir los. Da war nicht viel einzustellen. Es war schon alles gut voreingestellt. Den Sound vielleicht noch mal ein bisschen geändert. Ich würde sagen, wir gehen rein in das Ganze. Ich bin wahnsinnig gespannt, was wir machen müssen, wohin die Reise geht. Was ich schon mal ganz geil fand. Es gab am Anfang direkt eine Sicherheitswarnung. Alden aufpassen. Das hier ist alles nur ein Game. Mach das nicht zu Hause nach. Wer weiß, was wir hier erledigen müssen für wilde Sachen. Okay, es ist halt jetzt ganz klassisch schön die Einführung tutorialmäßig. Wir sehen hier die verschiedenen Bereiche, was wir haben, was wir bekommen. Kompass. Und hier haben wir die, ja, einfach irgendwelche Anzeigen für. Was ist das? Tart it done. Sell some old items. Okay, wir können Sachen verkaufen. Mouse-Sense, kriege ich die ein bisschen runter. Ja, so. Was haben wir denn hier? Ich kann jetzt hier alles schon mal verkaufen. Okay, das heißt, wir starten tatsächlich hier in unserer olden Garage. Ähm, ich spiele das hier Ganze, das Ganze hier komplett blind. Ich habe es gerade runtergeladen, das Game. Direkt aktiviert. Und, ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Verkaufen mit der linken Maustaste? Jawohl. Okay. Müssen wir alles verkaufen? Ich meine, so Bretter und so Regale, das ist doch nur gut, ey. Aber offensichtlich wollen wir hier aufräumen. Und das machen wir natürlich am Anfang auch erstmal. Weg mit dem ganzen Sermon. Wir wollen nur noch das gute Zeug hier stehen haben. Und alles, was wir benötigen für unsere Elektriker-Werkstatt. Alter, ich sehe jetzt schon hier irgendwelche Lichtschalter und so was. Ei, 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 ei. Das kann ja was werden. Jawohl, erledigt. Alles aufgeräumt. Sehr gut. 25 Gegenstände. Und jetzt heißt es ab zum Laptop, Alten. Passwort. Keine Ahnung. Passwort? Ich brauche ein Passwort? Was für ein Passwort? Was für ein Passwort? Woher soll ich das Passwort kennen? Hä? Accept a job? Oh, warte mal. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, Alter. Man muss... Ich werd wild. Passwort on the back. What? Wie überflüssig. 2, 3, 5, 7. OMG. Aber schon mal schön, dass man eben damit interagieren kann. Ich hab schon wieder vergessen. 2, 3, 5, 7. Ich werd weich, Alter. Tatsächlich. Inbox. Okay. Wow. Alter. Alexander Castillo. Vamos. Ähm. Was will er haben? Light on. Ah, 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 ah. I'm an old man. And it's really difficult to take a bath in the dark. Ja, absolut, Alter. Stell dir mal schön ein paar Kerzen dahinten, Alter. Wird sogar noch ein bisschen romantisch. Alter, ist das hell, ey. Das blindet ja. So, also. Turn, fuse off. Und, äh, switch light, äh, switches und so Sachen. Ähm. Ja, ich bin gespannt. Wir gehen da einfach mal rein in den... Wir haben hier sogar noch ein paar Bilder, wo wir was machen sollen. Äh, wir akzeptieren das Ganze. Unser erster Auftrag. Der Job bringt 120 Ocken. Ähm. Zeit. Alter, wir haben ein Zeitlimit. Fünf Minuten? Nee, nee. Accept, Alden. Dann gehen wir raus. Und. Take Items. Need for the Job. Ich hab doch keinen Plan, Alter. Ich hab doch keinen Plan. Ich bin noch komplett... Go to the Job. Ich bin noch planlos. Ähm. Ich bin noch wirklich planlos. Ah, okay. Wir sind eingeloggt. Archiv, Inbox. Ähm. Mail. Kommen wir hier auch wieder zurück? Hier. Elektroshop. Okay. Wir brauchen bestimmt... Wir brauchen bestimmt... Bestimmt... Nen... Schraubendreher. Yes. Tools. Lights. Power. Gedöns. Und irgendwas im Sale. Wir haben nur den. Okay. Das ist unser... Das ist hier unser... Das ist alles, was wir haben. Da ist er. Hehehe. Okay. Damit geht... Damit gehen wir jetzt... Zum Shop. Das kriegen wir schon hin, Alden. Ähm. Ja. Das fängt schon gut an. Das fängt schon gut an. Kompl... Kompl... Hoppala. Bisschen ruckelig. Komplett planlos. Mhhh. Mhhh. Das ist doch schön. Der hat er extra gekocht für uns. Ich sehe jetzt schon. Alter. Tutorial, Alden. Turn of the main fuse. Ja, Mann. Hallo, main fuse. Sehr schön. Ich könnte ja alles runter machen. Fuse one. Also. Die Hauptader ist gekappt. Und jetzt müssen wir hier was erledigen. Und ich weiß nicht genau was. Ich hab... Ich hab natürlich nicht aufgepasst. Alden. Jetzt stehe ich hier wie der Ochs vom Berg. Nee. Hallo? Achso, der war ja hier... Äh, genau. Badewanne hat er gesagt. Mhhh. Und irgendwas war nicht in Ordnung. Nee. 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 Check light switch is working. Ah. Was, was, was sagt er? Press open tutorial. Ähm. Switch the light. Das haben wir gemacht. Verdammt. Ich muss hier die anderen... Ich hab doch die Mainleitung. Ich baller alles... Ah, nee. Warte mal. Jetzt ist doch alles auf rot, ne? Das war schon auf rot. Jetzt ist aus, ne? Ah, okay. Es war schon aus. Geht noch. Ah. Connected currently. Okay. Ich hab keinen Plan. Ich, ich tüdel das jetzt hier auf. Ich bin so planlos. Ich geh da jetzt einfach rein, Alter. Mit dem... Das da, das da, das da oben hin, mit dem Schraubenzieher einfach da dran rumtüddeln. Ich werd das schon hinkriegen. Wir haben noch zwei Minuten Zeit. Komm, Alter. Mach hinne. Mach hinne, ey. Abmachen. Wo muss ich machen? Was muss ich machen? Ich hab ihn noch. Zack. Abmachen. Okay. Es geht schnell. Das ist gut. Abmachen, 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 abmachen. Okay. Kann ich ranzoomen? Ich kann ranzoomen. Geil. Da hat... Äh. Was? 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 Was hab ich getan? Was hab ich gemacht? Bin ich jetzt tot? Was ist passiert? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Bin ich jetzt geschockt? Alter, ich muss wieder von vorne anfangen. Mach keinen Scheiß, Alter. Aufmachen. Ranzoomen. Abmachen. Bisschen rauszoomen. So. Schraubenzieher. Zack, zack, zack. Abtüdeln. Abtüdeln. Was war denn jetzt damit? Darf ich das jetzt nicht anpacken oder was? Aufdüdeln. Hier oben. Und da oben. Hat er gemacht. Jetzt nehme ich erst das. Äh. Warum? Ich schnall's nicht, Alden. Ich schnall's nicht. Lass mich doch. Äh. Hab ich's nicht ausgemacht? Ich hab's doch ausgemacht, Alter. Ich werd hier kirre. Ist es nicht aus? Ist es doch aus. Wieso ist denn da Strom dran? Ich werd ja weich, ey. Jetzt aber schnell. Zack. 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 Achso, ich hab's erst gecheckt, Alter. Jetzt bin ich... Alter. Hier hin. Hier hin. Jawohl. Okay. Zack. Zack. Wir haben noch eine Minute Zeit. Zack. Äh. Dran machen. Oh, hier. Schrauben dran machen. Dran machen. Hö, hö, hö. Mach dran, mach dran. Nein. Rauszoom. Dran machen. Schraube. Schraube. Dran. Ist dran. Ist. Raus da. Da müssen wir's, glaube ich, nochmal checken. Hoppala. Go, go, go. Licht. Jawohl. Alter. 30 Sekunden noch Zeit gehabt. Wie wild, ey. Wie wild. Ha, ha. Sehr gut. Der alte Mann. Jetzt kann er wieder... Jetzt kann er wieder baden. Mit Lampe an, ey. Das war's, ne? Go to the door. Exit location. Hier. Hier. Alter, erledigt. Krass. Hui. Guck mal, da ist aber glücklich, der Oppi. Siehste, da freut er sich. Wir kriegen hier XP. Wir kriegen Kohle. Alles erledigt. Waren auch super schnell. In den letzten 30 Sekunden erledigt. Alter. Wir haben leider keine Lasagne mehr gekriegt. Dafür war am Ende keine Zeit mehr. Aber immerhin haben wir den ersten Auftrag erledigt. Und wir sind zurück in der Base. Und da kommt die nächste Message rein hier, direkt hinter mir. Ich würde sagen, die bearbeiten wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.